so herzlich willkommen hier ist schon wieder der soulcruiser für euch und wie versprochen mit einem jump and run und zwar rayman legends das spiel ist einfach der oberhammer rayman war immer schon richtig richtig geil omatico und ja ich habe nur davon gesehen dass bei rayman legends diese mini spiele auch drin sind wie dieses kung fu dieses fußball kung fu spiel und so und das fand ich schon so geil dass ich mir dachte ja da muss man sich eigentlich war das richtige spiel noch mal rein tun und ja das machen wir jetzt wir spielen das komplett blind außerhalb wie gesagt wenn dieses mini game auch im spiel drin ist gut dann muss ich sagen gut das mini game habe ich gesehen aber ja schauen wir mal drücken sie eine taste ja mache ich so ihr könnt auch nicht weitermachen weil gerade erst installiert so neu spiel ein jahrhundert ein ganzes jahrhundert hemmungslosen gähnens und schnarchen es scheint als wären die helden der lichtung der träume einem geheimnisvollen schlafzauber verfallen aber vielleicht brauchten sie auch nur eine mütze schlaf unterdessen vermehrten sich die albträume sie breiteten sich aus und erschufen neue dämonen graue lafter als jemals zuvor die lichtung der träume ist in gefahr mein freund schnell wecke unsere legendären helden so da sind wir wohl auch schon im spiel y drücken um den helden aufzuwecken ja machen wir das ja klatsch okay wenn wir jetzt mal eine kleine einführung erst mal kriegen okay laufi laufi schlagen bäm okay alles klar so a zum springen haben wir ja und zum befreien springen und dagegen hauen bam je okay haben wir einen gesammelt okay und weg im box aha da haben jungs euch kriegen wir doch alle mal wer 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 es ja hallo oh das war falsch okay wenn du Auge piekst und dann drüber oder was oh ne ne kommt der her kommt der her kommt der her ja ich will euch doch alle so klopp 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 so da war noch einer ich habe ich ich will nochmal gucken hier so okay okay er piekst einfach nur und wir können drüber oh oh wir haben erst noch nach hinten katapultiert ey was ist denn hier los das geht ja mal gar nicht wenn wir erstmal schön ein ganz schön zum ablenken so hier geht es jetzt rein oder was okay dann gehen wir mal hier rein oh oh god what are you spinning bin okay ja mach mal den hebel okay hebel bam na so du musst mir jetzt gleich wieder ja genau wir sind geschwungen oh da haben wir gefreit alles klar ja jetzt erst los machen ja bam wow so ja bewegt die plattform mal ein stückchen runter damit ich hier hoch kam und wieder hoch und hoch jawoll für die geister haha das sieht jetzt so geil aus wua bam Alter so ähm ah ok cool und so ich klatsche hier vor die wand okay ach du scheiße ja wir müssen den da oben retten ne dann dreh mal ho 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 das sieht sehr interessant jawoll jihau ja alles klar hehehe so dann haben wir den ja geschafft dann können wir dann weiter das ist echt toll gemacht früher schon gerne Rayman gezockt und ich hab jetzt hier noch irgendwie diesen Rayman Jungle Run glaub ich dann hab ich äh im Microsoft Store gekauft weil ich ja noch ein paar Points hatte so oh ja jetzt geht los ho 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 ui 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 kann ich hier mitgucken da war es noch einer alles klar bam so wir müssen ja gucken ob wir alle retten ach stimmt ja das kann er ja auch bäm bäm oder so wir haben ein Fight alles klar ähm so immer schön da rüber und schieb meils in die andere Richtung so und hopp genau drüber runter ja und ab geh bis äh kitzelt bam 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 fällig hier haha schön gekitzelt gebe das erstmal ein gebe das mal lang ja würde ich sagen jo haben wir das erste Level so geschafft gehen wir mal hier rein und ähm würde ich sagen, die erste Folge schön kurz und knapp und die nächsten kommen dann, ne? Ja, hier haben wir noch mal die Auswertung. Ja, gut. Dann haben wir das. Was ist denn nur los? Okay. Genau, jetzt haben wir hier nämlich die Galerie, wo wir jetzt genau sehen, wen wir wie gerettet haben. Ja. Gut. Dann haben wir den ersten Part fertig. Am nächsten Mal gehen wir dann ins nächste Level. Haut rein! Euer Sokusa. Tschüss! 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 Tschüss!